Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von AyoWoki Game Master. Und wir haben gerade diese Zaubertränke getrunken und diese Zaubertränke einfach nur in meinen Kopf. Und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt bis zum Ende dieser Folge dran. So Leute, wir rufen jetzt mal die Fundmen an. Es gab ja schon lange keine Spiele mehr. Wahrscheinlich auch wegen Gaming. Aber Leute, apropos Gaming. Gaming in der letzten Folge das Hauptthema manipuliert. Leute, das war zu krass und zu spannend, Leute. Schaut euch jetzt nochmal die Folge an. Oh mein Gott, das ist zum Glück alles wieder hier in Ordnung. Aber ich würde sagen, jetzt rufen wir hier mal Gaming an. Äh, den Fundmen. Gaming rufen wir jetzt natürlich nicht an. Gaming ist hier noch böse. Wir haben es zum Glück gewonnen. Wir haben Gaming's Anziehung, wir haben seine Maske. Wir haben jetzt alle Sachen von Gaming. So, okay, es klingelt beim Fundmen. Und, Fundmen, hallo? Ja, wann gibt es dir das nächste Spiel für uns? Du hast dann was vorbereitet vor der Haustür? Okay. Ja, wir gucken gerne, warum ich frage und dich daran erinnere. Ja, es ist halt nur so, ich habe halt Langeweile. Es gab lange nichts mehr. Und Gaming, ja. Das mit Gaming war auch jetzt nicht gerade so, so lustig. Und ja, deswegen. Ja, natürlich erinnere ich dich daran. Ansonsten würden wir ja nicht verspielen. Ja, okay. Gut. Schau, Fundmen. Okay, Leute, ihr habt es gehört. Der Fundmen hat schon unser neues Spiel vorbereitet vor der Tür, okay? Ich würde sagen, wir schauen mal. So, Leute, und? Ah, Leute, oh mein Gott. Da ist es ja. Leute, was ist das? Sind das Skutgain-Zaubertränke? Leute, das sind doch Skutgain-Zaubertränke, oder? Aber na toll, wie soll ich die alleine reintragen? Warte, ich glaube, ich glaube, Forky muss mir helfen. Ich gehe mal Forky eben holen. Okay, Forky, du musst mir mal kurz helfen, hier die Skutgain-Zaubertränke reinzutragen. So, gut. Forky, direkt ist die Skutgain-Zaubertränke hier rein. Ich halte jetzt hier die Kamera. Irgendjemand, irgendjemand muss hier die Kamera halten. Und das hier, jetzt mache ich das aber. Forky, nichts verschütten. Was? Zu spät? Okay, warte, ich stelle dich mal nochmal hin, Forky, und? Oh mein Gott. Hier sind ja schon alle Tränke. Leute, mit welchen sollen wir anfangen? Welchen sollen wir zuerst machen? Oh Leute, ich habe eh gerade duest, das trifft sich ja gut, aber wirklich, ich glaube, ich fange mit dem an, weil der Trank sieht aus wie Wasser. Und das riecht auch so viel, ich fange jetzt direkt an, den zu trinken. Waki? Wir sollen noch nicht trinken. Also ich soll noch nicht trinken, ich soll noch warten, okay? Also die Leute sollen erst einen Like da lassen. Ja, okay, gut. Leute, dann lasst jetzt einen Like da. Okay, Forky kann ich jetzt trinken. Ich fange an. Danach kannst du ja was, kannst du ja noch was trinken. Okay, gut. Dann trinke ich jetzt den Trank hier. Okay, Leute, bis jetzt ist noch nichts passiert. Hä? Hallo? Leute, ich sehe mich nicht mehr in der Kamera, Forky. Siehst du mich noch? Hä? Ich habe mich nicht versteckt. Ich sehe mich selbst nicht mehr. Nee, wirklich jetzt. Ich sehe nur noch mein Zimmer, wenn ich hier filme. Hä? Was ist hier los? Bin ich unsichtbar geworden? Forky? Oder Forky? Such mich mal, Forky. Hä? Ich verstecke mich nicht, Forky. Oder Forky? Siehst du vielleicht irgendwie irgendwie einen Schatten von mir? Okay, aber Forky, ich spiele kein Spielchen. Das bin ich nicht. Ich mache mir den Vorhang auf und zu. Okay, Forky, hast du es gesehen? Okay, hä? Hä? Ich schicke selber nicht. Ich muss wieder sichtbar werden. Mann, das gibt es doch nicht. Mann, Leute. Ich bin wieder sichtbar. Mein Gott, perfekt. Aber Mann, was ist es? Aber Mann, das war also gar kein Wasser. Das war wohl ein Unsichtbarkeitsdrank. Oh Mann. Das gibt es doch echt nicht. Es ist ja auch gruselig. Es ist ja auch in diesem Glas ja unsichtbar. Oh Mann, das gibt es doch echt nicht. Das kann direkt, wirklich sagen, wir gehen direkt ins Badezimmer und schicken das weg. Das geht so nämlich gar nicht. So, wir gehen ins Badezimmer. Und dann, Leute, schicken wir das hier weg. So, ihr seht es jetzt. So. Gut, und das Glas holen wir wieder mit. Und weil das hier trinken wir nicht mehr. Das geht einfach viel, viel zu weit, Leute. So. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zum nächsten Drang. Ich würde sagen, als nächstes holen wir diesen. Okay, und jetzt stellt sich die Frage, wer den trinkt. Ob den Forky oder ich trinkt. Okay. Forky soll den ich trinken? Wir wissen ja beide nicht, was da passiert. Okay. Ich soll den trinken. Okay, Forky zeigt auf mich. Okay, Leute, dann trinke ich sie jetzt mal. Riecht lecker. Wie geht es das da? Leute. Hallo? Ich sehe nichts mehr. Aber Leute, das sind doch Squid Game Spiele, oder? Sind das Squid Game Spiele? Ich sehe nichts. Ich habe gerade kurz was gesehen. Ich musste blinzeln, aber ich... Hä? Ist das ein Blindheitsdrang, oder was? Forky, Forky versuche meine Augen aufzumachen und ich selbst auch, aber... Es hat gerade ein bisschen geklappt, aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich muss den nächsten Trank trinken. Okay. Und ich habe ihn... Ich glaube, ich habe ein Auge gerade auf. Ja. Ich habe ein Auge auf, nun einmal. Okay, ich muss noch was trinken, das hat geholfen. Oh mein Gott. Meine Augen sind wieder geöffnet. Alter, war das ein Blindheitsdrang und wahrscheinlich war der andere, der größere, dann ein Sichtbarkeitstrang. Okay, aber ey, das gibt es doch nicht. Ich glaube, den nächsten Trank sollte wirklich besser Forky trinken. Oh Mann, Leute, das... Oder ich... Okay, oder jetzt trinke ich mal nochmal den Sichtbarkeitstrang und... Okay. Der Sichtbarkeit... Also der Trank, mit dem man sehen kann, ich trinkt sehr lecker, aber ich muss mal schauen, was da jetzt passiert. Aber warte, da passiert nichts. Wahrscheinlich, weil ich ja vorher ein nächstes hinhaben und jetzt sieht er gleich sie, das ergibt dann wahrscheinlich gleich Null. Okay. Scheint... Gut, dann werde ich sagen, jetzt kommen wir zum nächsten Trank. Ich glaube, den trinke ich, ich glaube, dann werden wir den letzten Trank. Diesen Trank werden ich und Forky gemeinsam trinken. Weil Forky ansonsten, wenn er einen Trank alleine trinken muss, wohl viel zu viel Angst hat. Okay, dann trinke ich jetzt den hier. Leute, okay. Sagen was ist das denn hier, was ist das hier, Leute, was ist das hier? Boah! Ich wucke die ganze Zeit Bälle, oh Mann! Das gibt es doch echt nicht, aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zum nächsten Trank, aber Leute, hört ihr das? Ihr habt es geschafft, ihr habt die Folge in der richtigen Reihenfolge getrunken. Jetzt trinkt den letzten Trank zusammen, den Squid Game Trank. Ich wette, ihr schafft das. Und ich würde sagen, den letzten Trank, Leute, den trinken wir so, oh Mann! Ja, ich soll auch mit der Scheiße hier vorgehen, kann ich ja nichts tun, dass ich die ganze Zeit Bälle spucken muss. Ich würde sagen, wir trinken, ich würde sagen, wir lernen uns jetzt ja schon dem letzten Trank hier. Okay. Ich würde sagen, und den trinken wir zusammen, beide als sieben. Ich glaube, jeder trinkt eine Hälfte oder jeder ein Drittel oder keine Ahnung, wir müssen das irgendwie gut aufteilen. Ich fange an. Okay. Säuerlich. Und jetzt, Forky, kommst du. Trinkst du auch ein bisschen was? Okay, jetzt müssten wir eigentlich durchsinn, oder? Warte mal, was, wir sind durch, aber okay, wir sind, wir sind anscheinend wirklich durch, aber warte, wir sollen, aber warte, ihr sollt nicht vergessen, ein Like auf diese Miete dazu lassen und ein Abo dazu lassen und die Glocke zu aktivieren, damit wir nichts mehr verpassen. Stimmt, Leute, macht das jetzt mal, Leute, der Fohr mit mir wirklich recht, aber Leute, oh nein, oh nein, der Zaubertrank hilft. Das war's für unserepurpose. Das war's fürコ naturale, warte. Also, dès Körböcker. Wir wissen, wir sind Twentykabloh Gold масс Julie, Untertitelung des ZDF, 2020